Na? Na? Ach du die Art Hale. Ähm... Willst du hoch? Hm? Hm? Ich spiel mal die Bismarck. Ich sollte Schlachtschiffe wahrscheinlich einfach wirklich sein lassen. Irgendwie... Obwohl, irgendwie stelle ich das jedes Mal fest. Weil ich spiele dann trotzdem. Weil eigentlich machen sie schon Spaß. Wir denken über die Spielweise ein bisschen anders aus. Im Grunde machen sie es ja nicht falsch. Weil es funktioniert ja. Nur ich mag es nicht. Ich sag mal, ich spiele das Spiel um zu spielen. Verstehst du was ich meine? Na, sie spielen ja auch. Bei dich haben sie, wenn du so siehst, dich haben sie erfolgreich abgefackelt. Sie haben gespielt. Nur du hast nicht gespielt, weil du es nicht kannst, so wie sie spielen. Hä? Ne, ne, ich hab jetzt nicht von unseren Gegnern gesprochen. Ich hab jetzt von unseren gesprochen. Okay, da ist kein Kommentar. Von den Kreuzern, die da stehen. Ich sag mal, wir haben ja nicht gespielt. Wir haben ja da gestanden und gewartet. Sondern es ist ja kein Spiel. Gut, dass wir jetzt ein Zehner haben... Dass wir jetzt ein Zehner haben, ist für mich gar nicht gut. Für mich ist es schlimmer. Für mich ist es schlimmer. Für mich ist es schlimmer. Ich werd abgefackelt. Und meine Rüstung bringt mir nix. Aber ist egal. Brumm brumm. Es gibt halt Tage und jeb Tage. Und heute ist einer. Ja, gestern nicht besser. Ja, das stimmt. Auf jeden Fall. Wir lassen dich schnell runter. Brumm 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 brumm. Lade ich... Ach, Schnickschnack, nix mit HE laden. Wie viel Flackreichweite haben wir? 5,2. Wow. Ja, ich habe ihn auch getroffen. Da haben wir ein Kurfürstchen. Oh, und eine Schmollensk. Fliegt und siegt, meine kleinen Kügelchen. Oh, sogar zu weit vorgehalten. Verdammt. Oh ja, haben wir zumindest eine Kanone-Putter macht. Der steht gerade, ne? Ah, sonst können wir da auch nicht ran. Ah, gerade. Zeig. Zeig. Ah, beschleunigt zu schnell, hä? Nö. Oh, natürlich Overpins. Schießt du auf mich? Nö, du fährst rückwärts. Was denn mit dir? Ah. So, Hennburg steht da nicht so gut, glaube ich. Ich fahre hier gerade vollbreit. Weitseite, ne? Na, richtige Richtung? Gucken. Das Glückstreffer. Wir haben einen gegnerischen Kreuzer versetzt. Das ist ein guter Anfang. Yanke était hin. Stimmt, du usierst cheetz? Das hat nichts. Was, ja. Samuel sa! Das war wirklich soimal. Und an der Pultjäger, die jetzt auf der See 이거awa auspacken? So schnell bin ich nicht. Cool. Und das war mir. Woher dann? Wo sind denn meine Kugeln gelandet? Der Zerstörer kommt durch die Mitte. So. 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 Ich muss sagen, der Smart macht schon Spaß, ne? Ja, aber du brauchst trotzdem ein bisschen Unterstützung von deinem Team. Ah, schade. Ah, zu schnell, oder? Na, komm. Jawoll. Hast du sie getroffen, ne? Ja, aber hallo. So, dann reich jetzt noch eine Pause, ja? Jetzt? Nein, ich muss meinen ersten wieder nutzen. Mein Rücken. Okay, eins muss ich leider noch machen, dann spiele ich alleine kurz eins, alles gut. Warum? Was ist passiert? Nichts, weil ich gerade das frisch mit der Aufnahme angefangen habe. Achso, dann spielen wir jetzt nur Bismarck. Also eins machen wir noch. Dann mal Pause. Du bist Mark. Du bist Mark. Die Bühne habe ich dann noch nicht gewonnen, Mann. Dann hatte ich mich nicht gewonnen. Das können wir nachher noch mal machen. Dann wäre man Monarch. Will ich Monarch, ich will nicht Monarch. Spiel mal Chapayef, ich spiel mal Chapayef. Chappie. Für ein 10er-Match liefst du doch ganz gut. Ja, ich würde sagen, es hat ganz gut geklappt. Und mit meiner Altago. Also. Krampf in der Stalingrad dann tot zu bekommen. Also am Anfang Schaden machen geht noch. Aber dann tot bekommen. Ja. Das war aber gut. Also das hat wenig Spaß gemacht. Ja. Ich fand es ganz witzig. Ja, da geht was. Ich gebe uns Radar für A. Ist der Typ schon gemeldet? Nö. Okay. Einfach ziehe ich an. Mach mal in den Sack und rauch in die Schuhtonne. Ach, das ist ja wieder die Durchfahrtskarte. Haltet die, John. Wir machen hier richtig. Und. Was haben wir denn für Schlachtschiffe am Start? Bismarck Carolina. Ja, 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 da geht was. Das wird doch mit was. Carolina macht ganz schön viel Schaden, habe ich fest. Die Carolina ist auch sehr stark. Aber im Grunde, na nee, du bist nicht ganz eine Carolina, glaube ich. Oder doch? Doch, du gehörst zur Carolina-Klasse, ne? Ach doch. Mit der Alabama, meine ich. Ach so, ja. Ich habe das Gefühl, dass die Kugeln der Carolina nicht ganz so langsam sind. Kann mich auch täuschen. Ich habe es halt nie gespielt, die. Also vom Gefühl her finde ich, dass die Carolina ein bisschen stärker ist. Ja, aber sie ist kein Premier am Schiff. Okay. So, wie weit ist mein Radar? Ach, ein bisschen weiter wie meiner Sicht. Die Zeitzersteller haben sie, oder? Na komm, Normandie. Gib. Nein, sie haut ab. Ja, ich weiß. Na gut. Jetzt ist die Frage, kommt überhaupt was her? Nee. Die drehen alle ab. Ja. Aber das ist nicht der, der drin ist. Warte mal. Bremst dermaßen ab, die Carolina? Ich sehe ihn nicht. Dann hockt er ganz außen. Die Carolina bremst, die fährt fast gar nicht, ne? Du meinst die Normandie? Die Normandie. In der Ecke steht gleich eine Badimo, ne? Mhm. Badimo ist was zum Verbrennen, oder? Ja, das ist zum Verbrennen. Das hilft ja den Schaden. Aber die beiden warten drauf. Da ist ja eine. Was verwundert es mich denn? Ich würde jetzt langsam vorfahren und kann dann in 40 Sekunden wieder radaren. Also ich fahre auch nicht wegfahren. Soll ich unrundern? Ja. Ja, ich hatte mein erstes Raider ziemlich verbockt. Ah, die Montpellier radiert. Zeig her. Ja, schön. Oh. Ah, guck mal, die Voltimo. Oh, die sind ja in der Ecke. Kann sie mir nicht treffen. Ich aber. Oh, da ist noch die andere. Der andere Traktor. Feuer Alarm! Das ist noch stark, wie die andere dritte war. Nein, nein, die schießt. Er tut die ganze Zeit so, als würde er schießen, äh, fahren tut's aber nicht. Das ist noch stark, wie die andere dritte war. Das ist noch nicht. Ah, ein bisschen ober. Ja, hab ich schon. So, jetzt haben sie den Zerstörer, der da hinten rumgurft. Der ist ja aktuell keine Gefahr für sich. Nö, also wir fahren jetzt einfach. Da sind alle auch noch frei. So, jetzt haben wir den Zerstörer, der da hinten rumgurft, der da hinten rumgurft. Ja, ich kann ihn dann raidern. Müssen wir noch ein bisschen ranfahren. Wir raidern gleich, also die Monpey und ich können halt bereit. Und eigentlich sollte ich den noch neben haben. Ich fang an. So, Monpey jetzt, du bitte. Ne, momentan nicht. Ich glaub, die Flint... Schieß nochmal. Typ. Okay, er deckt sie wieder auf. Wird gleich sichtbar. Nice. Er könnte getorpt haben. Ja, durfte mir nichts passieren, weil ich bin an die Wand gefahren. Ich bin in die Wingschein reingefahren. Da ist der Träger. Oh, ich hab einen Zerstörer. Nee. Echt? Ja. Nice. Wie hast du das denn gemacht? Ich glaub, auf jeden Fall gibt's hier drin. Hab vier Treffer herlandet. Und was anderes hab ich gerade nicht geschossen. Hoch. Das habe ich gerade gar nicht mitgeschnitten, dass die Gegner so nah sind. So, das ist ja ganz nah. Sehr schön. Der hat den Wüste in die Seite gepackert. Nicer noch? Der Träger kommt vor. Aua! gut gut ja wir spitz und heilen darüber ziehen na Ja, komm ich nicht an. Die sind einfach rumgefahren, oder? Ah ja, die fahren weg praktisch. Vielleicht kann ich nur ein bisschen Schaden auf die Kneisernau machen. Aber wird enger mit den Punkten. Gucken wir mal. Ach, der fährt auch durch die Mitte. Ja, ok. Wieso versucht er dann jetzt nicht noch ein bisschen Schaden zu sammeln? Und scheint jetzt sinnlos da durchzufahren, ohne irgendwas noch tun zu können. Wundergut. Wir können nur unser Träger wenigstens sammeln. Ja. Yay. Also die haben wir cool gemacht. Das hat mir wieder gefallen, das war Spielen. Ja, sehr schön. Er ist noch ein Dritter. Na, lief doch super. Nur weil du mehr Flugzeuge angeschossen hast, oder? Ja, bestimmt. Ja. 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 Ja.